Was geht ab Freunde? Neues Video, neues Altcoin Video, nachdem die Wünsche dann doch sehr groß waren, was ich jetzt vor allem im Livestream rausgefunden habe, mehr Altcoin Updates rauszubringen, habe ich mir gedacht, okay, ich drehe heute einfach mal ein neues Video über eure Altcoin Wünsche, die ich so jetzt die letzten Tage immer mal wieder gesammelt habe, beziehungsweise die auch in einem Livestream genannt wurden. Jetzt einfach nochmal ausführlich für alle, die keine Zeit haben, sich einen einstundenlangen Livestream reinzuziehen, werde ich das jetzt Ganze kurz und knapp machen, wir werden uns Ethereum, XRP, Polkadot, Cardano, Luna, Classic und was weiß ich noch, werden wir uns alles natürlich jetzt anschauen in dem Video, also wenn ihr Bock habt, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen, wenn ihr Bock habt auf mehr solche Update Videos, lasst mich unten in den Kommentaren wissen oder schreibt eure Altcoin Wünsche gerne noch unten in die Kommentare rein, ich würde sagen, bevor das jetzt zu lange wird, starten wir direkt durch. Wir fangen an mit Ethereum, Ethereum ist ja auch durch den Bitcoin Pump im Endeffekt ziemlich stark gestiegen, ich wollte es nicht abnormal gestiegen sagen, klingt ein bisschen zu viel, aber ordentlich gestiegen, wir sind dann hier in dieser kleinen Bullfleck, über die wir im Livestream drüber gesprochen haben, konsolidiert, wo aber auch schon meine Meinung war, ob das so wirklich im Endeffekt aushält, sei mal dahingestellt. Kurzfristig, schauen wir jetzt einfach mal hier, ganz kurz FIP Level ziehen, sind wir hier genau am Golden Pocket momentan, beziehungsweise versuchen hier um das Golden Pocket zu kämpfen. Sollte das nachträglich oder nachhaltig durchbrochen werden, wir kommen hier nicht mehr in diesen ehemaligen Support Bereich wieder rein, sieht es relativ übel aus und wir könnten hier auf jeden Fall nochmal den Retest in die 1400 US-Dollar Region sehen. Ich versuche den Chart relativ clean zu halten, ohne EMA Ribbons oder so, ist ein kurzfristiges Update. Um das einfach nochmal hier ein bisschen deutlicher darzustellen, wir haben hier unten nochmal diesen ehemaligen Widerstandsbereich, wo wir ewig lang in dieser Range eben drin waren, wo wir dann impulsiv im Endeffekt ausgebrochen sind, wäre jetzt für mich ein potenzieller Entry hier unten in dieser Region um eben diese 1400 US-Dollar oder 1380 US-Dollar. Hat einfach den Aspekt, ehemalige Range von Widerstand, wird Support geflippt, dann nehmen wir uns nochmal das übergeordnete Golden Pocket von dieser gesamten Bewegung, das befindet sich eben auch in dieser Region und da werde ich mir auf jeden Fall überlegen, dieses Golden Pocket auf jeden Fall zu long. Ich werde vermutlich sogar diese ganzen Setups, die ich jetzt hier im Laufe dieses Videos drehe, auch nochmal ausführlich aufschreiben und dann nochmal in meine Telegram-Gruppe, Link wie immer unten in der Videobeschreibung, werde ich die dann so nach und nach posten oder dann auch mal gucken, okay, was ist eingetroffen, was ist überhaupt noch aktuell, das werden wir uns alles anschauen. Also, Ethereum für mich ein potenzieller Long-Entry aufgrund eben einerseits dieser ehemaligen Widerstandslinie, die zu Support wird und dieses ehemaligen Downtrends, den wir hier natürlich auch noch haben, wäre dann bei ungefähr 1380 US-Dollar bis ungefähr 1400 US-Dollar. Wir schauen uns nochmal das vom Prozentualen an, wären ungefähr 2% vom Entry und dann gehen wir noch ein bisschen weiter runter, also zwischen 3 und 4% ist hier dieses Risk und das ist meines Erachtens nach absolut überschaubar, sollten wir hier mit einem 3er oder 4er Hebel reingehen. So, dann, XRP wurde, ich glaube immer noch am meisten gewünscht einfach, hier tue ich mir momentan weiterhin ein bisschen schwer. Wir haben zwei Punkte, die momentan oder in den nächsten 1-2 Wochen für mich absolut entscheidend werden würden und das ist einerseits hier oben dieser Bereich um 0,51 US-Dollar Cent, Ineffizienz, starkes Volumen hier oben plus eben diese Widerstandszone, die unbedingt, sage ich nochmal, berührt werden sollte. Hat einfach den Aspekt, hier oben ist auf jeden Fall eine Menge Widerstand, sollten wir hier oben reinkommen, werde ich hier oben auf jeden Fall eine Short Order platzieren in diesem Bereich mit 3% für Risk, dann möchte ich hier eine Konsolidierung sehen und dann eben den Abverkauf. Die Frage ist, ob wir wirklich nochmal in den Bereich von 41 US-Dollar Cent kommen, sei mal dahingestellt, aber das wäre potenziell der zweite Entry, zumindest für einen Long Impuls. Und zwar brechen wir hier diese Unterstützung, diesen Abtrend, der momentan noch einigermaßen Volumen drin hat. Also momentan ist es schwer hier zu sagen, okay wir brechen safe hier durch, das Volumen hält sich ungefähr die Waage so die ganze Zeit über den Trend, normalerweise möchten wir steigendes Volumen sehen. Sollte das Volumen hier natürlich abfallen, werden jetzt in den nächsten Tagen, sieht das ganze Bild natürlich deutlich anders aus und deutlich bearischer. Aber, sollten wir hier runterbrechen, wäre für mich der erste Long Entry auf jeden Fall in diesem Bereich zwischen 0,40 bis 0,41, plus man sollte hier noch diese Support Zone im Auge behalten, wo wir immer wieder gebounced sind, wo aber auch relativ viel Volumen hier drunter liegt. Also ein Lower Low wäre hier meines Erachtens relativ wünschenswert, ein bisschen Konsolidierung und dann eben den Pump nach oben hin mitnehmen. Muss man aber natürlich schauen, was jetzt zuerst getroffen wird, sollte natürlich erster Short Impuls hier oben getroffen werden, schauen wir uns auf jeden Fall den Short Impuls an, weil das wäre für mich momentan immer noch mein Nummer 1 Setup. Den Rest bin ich momentan bei XRP ein bisschen raus, Spot Orders liegen weiterhin hier unten in diesem Bereich, obwohl wir lange genug Zeit hatten hier zu akkumulieren. Dann zum nächsten oder zum zweitmeist gewünschten Coin, Polkadot. Polkadot, momentan bilden wir hier auch so eine kleine Art Bull Flag, die ich jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht traden würde. Dafür ist mir dieser Impuls einfach auch viel, viel zu wenig hier, aber Bull Flag absolut erkenntlich. Hier auch momentan eher auf der Short Seite, hat den Aspekt, wir haben auch hier diese zwei Hochs gebildet, klar wir haben hier auch nochmal ein höheres Hoch gebildet, aber wir gehen jetzt mal ganz kurz in den 1 Stunden Chart. Würde ich mir trotzdem nochmal wünschen, die Ineffizienz hier oben bei ungefähr 6,70 Dollar zu holen, einfach aufgrund dessen, wir hätten dann so ein schönes Doppeltop, sollten wir jetzt hier im Endeffekt, ich zeichne das mal ganz kurz ein, hier so diesen Bereich und dann nochmal hier hochkommen, wäre das für mich ein deutlicher Short Impuls in dieses Golden Pocket, um dann möglicher Long Impuls hier unten eben im Golden Pocket wieder einzusetzen. Das sind jetzt momentan die Sachen, die ich im Auge behalte, also die 6,70 Dollar für einen potenziellen Short Entry mit einem Stop Loss auf jeden Fall über diesen Pivot hier oben. Also das ist ganz, ganz wichtig, hier drüben hält sich zumindest nicht so viel Volumen aus, das ist ganz gut, das müssen wir uns nicht fischen, aber diese Volumencandle hier oben eben, wo so deutlich abverkauft wurde, würde ich mir gerne nochmal wünschen, dass wir uns die holen mit einem Doppeltop und dann eben die Trendwende, beziehungsweise das heißt Trendwende, aber diese Korrektur hier runter in das Golden Pocket bei ungefähr 6,07 bis ungefähr 6,10 Dollar. Ein Stop Loss müsste dann aber auch auf jeden Fall über dieses letzte Hoch hier drüben, wo wir dann im Endeffekt ausgebrochen sind, heißt, wir haben hier auch mindestens 3% Risk einzuplanen, das heißt kleiner Hebel, 3 bis 4, Maximum, mache ich zumindest so, ist momentan hier Gang und Gebel. Aber wir hätten dann im Endeffekt diesen ganzen impulsiven Pump hier wieder aufgefüllt, früher oder später werden die sowieso gefüllt, also das muss jedem klar sein, früher oder später werden diese Pumps gefüllt. So, dann Cardano, Cardano, muss ich ehrlich sein, habe ich den Chart gewechselt, hat den Aspekt, ihr seht jetzt hier den KuCoin Chart, jetzt schaut ihr euch mal ganz genau nochmal den Binance Chart an, da seht ihr dieser Pump hier, ging deutlich, deutlich höher. Und das hat im Endeffekt die ganze technische Analyse bei mir versaut, deswegen werde ich zukünftig auch mal zwei Charts immer mal heranziehen, beziehungsweise das ein bisschen abgleichen, weil Binance doch ab und zu mal diese größeren Wicks hatten, da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Und Cardano hat im Endeffekt schon die perfekte Short Order abgeholt. Als Erklärung, ihr seht es hier drüben, wir hatten diesen impulsiven Anstieg mit sehr, sehr viel Volumen, dann diese Konsolidierung, Höheres hochgebildet mit deutlich, deutlich weniger Volumen und auch einer Bearish Divergence und das wäre eigentlich der perfekte Short Entry gewesen. Also momentan sehe ich hier auf jeden Fall von einem weiteren Short Entry ab. Long Einstieg bietet sich hier momentan meines Erachtens, also muss dieses Golden Pocket hier auf jeden Fall halten. Ansonsten geht es hier nochmal deutliche Etappe tiefer Richtung 0,36 wahrscheinlich wieder. Also momentan das Golden Pocket, Long Order von mir wurde hier auf jeden Fall getriggert, aber erst weiter unten, also genau hier dazwischen. Läuft momentan, würde jetzt aber momentan, nachdem wir schon einen Impuls aus dem Golden Pocket kriegen, momentan davon erstmal abraten, hier nochmal irgendwie eine weitere Long Position aufzumachen. Dann eher nochmal hoffen, dass wir nochmal hier hochkommen, eben nochmal diese Hochs abgreifen, wieder eine Konsolidierung sehen und dann ein kleines Doppeltop bilden. Aber das ist momentan erstmal Zukunftsmelodie. Short Order, leider, muss ich mich entschuldigen von meiner Seite aus, war einfach der Chart beschissen, weil Binance einfach einen zu hohen Wig hatte. Das liegt eindeutig in meinen Verschulden, also das tut mir leid auf jeden Fall. Ansonsten perfekter Short Entry wäre hier oben gewesen mit einer 8 oder 9% Korrektur, wäre perfekt gewesen. Ansonsten Long Impuls läuft momentan, Stop Loss unter dieses Golden Pocket minimal gelegt. Läuft auch momentan, sag ich mal, die Gegenreaktion bisher von einem Golden Pocket bei ungefähr 1%. Ist jetzt noch nicht viel, aber kann sich natürlich noch ändern. Da wird auf jeden Fall dann dieser Bereich hier oben um die 0,39,5 interessant. Ehemaliger Support könnte hier oben zu Widerstand switchen plus Ineffizienz liegt hier oben auch noch. Die Zeichnen wir auch mal hier gleich noch ein, also einerseits hier die Ineffizienz und dann die zweite haben wir dann noch in diesem Bereich hier oben bei ungefähr knapp 0,40 US-Dollar Cent. Also die zwei Levels wären dann auch für mich die Take Profit 2 und 3 hier in diesem Bereich und dann der nächste hier oben. Und dann müssen wir mal schauen, wie im Endeffekt der RSI dann hochkriegt ist, ob wir nochmal runtergehen und dann im Endeffekt diese ganze Gegenbewegung abfüllen oder wirklich nochmal ein höheres Hoch bilden. Aber ansonsten sieht Cardano auf dem Daily Chart absolut gut aus mit einer möglichen Bodenbildung. Wir haben ja darüber gesprochen. Falling Vetch, 4 Stunden Bullish Divergence, was hier ja gewesen ist, perfekt im Endeffekt getroffen. Auch hier dieser Long Impuls nach oben, Falling Vetch, mittlerweile Bullish aufgelöst. Das können wir damit wegmachen. Aber von der Bodenbildung her sieht es relativ gut aus, dass Cardano vielleicht wirklich hier im potenziellen Boden gefunden haben könnte, solange wir kein tieferes Tief mehr unter 0,35,3,5 sehen. Gut, dann gehen wir weiter mit Luna Classic. Ihr wisst, bin ich kein Fan, aber hier gibt es auch noch ein paar Punkte, die wir auf jeden Fall noch ansprechen müssen, beziehungsweise Level, die noch zu füllen wären. Da hätten wir einerseits hier unten noch diese Ineffizienz bei ungefähr 0, ich kürze es jetzt mal ab, 2,1,555, wurde noch nicht ganz getroffen. Downtrend erst einmal gebrochen, aber seitlich verlassen, ohne wirkliche impulsive Bewegungen. Ich habe momentan hier zwei Spot-Kauf-Level, also Trade-Level mache ich momentan hier nicht. Also Luna Classic für mich momentan nicht zu traden, eher Spot-mäßig und dann immer Spot rein, raus. Ist ja im Endeffekt auch Trading, je nachdem wie man es benennt, auch wenn es ohne Hebel ist. Aber im Endeffekt hier diese Kaufzone um 0,205 ist der erste Bereich und geht runter bis 0,17. Das sind die Bereiche, die ich momentan im Auge behalte für eine Gegenbewegung und auch für einen potenziellen Spot-Kauf. Schauen wir uns mal an, auch warum. Von unserem Low und dann ziehen wir das mal noch ganz ein bisschen hoch hier. So, wo haben wir es? Sind wir einerseits hier schon mal durchs Golden Pocket gefallen, wir gehen jetzt aber nochmal ein bisschen weiter hinter und ziehen uns das All-Time-Low. Und da befinden wir uns momentan bereits im Golden Pocket. Aber wie gesagt, wir hatten halt hier diese heftigen Pumps und Dumps und da liegt halt unten noch sehr, sehr viel Liquidität. Vor allem hier seht ihr diese impulsive Wig-Kerze, die hätte ich gerne noch gefüllt bis ungefähr 0,17. Deswegen werde ich hier auch etappenweise, ihr kennt es von den Altcoin-Videos immer wieder, diese etappenweise reingehenden Coins ist einfach der bessere Umgang, um potenziellen Boden zu finden, anstatt sich auf einem Level zu versteifen. Es geht beim Trading auch nur mit kleineren, engeren Ranges und beim Spot-Trading im Endeffekt genauso. Also hier möchte ich auch einen größeren Abverkauf nochmal in dieser Region sehen, um dann hier Spot-mäßig einzukaufen. Vielleicht so ganz 0,786er glaube ich, aber momentan eher nicht, eher diese Region, weil hier liegt die Liquidität. Genau in diesem Bereich, in dieser Candle hier, seht ihr ganz gut, hier und hier, da liegt die Liquidität. Und die möchte ich auch geholt haben, beziehungsweise gefischt kriegen. Ja, soviel zu Luna Classic. Dogecoin gehe ich nicht drauf ein. Ganz ehrlich, das ist, wer das Spot-mäßig oder wer das gekauft hat, Glückwunsch, aber Trade-mäßig werde ich hier nicht drauf eingehen. Elrond. Sehe ich Potenzial momentan zwei Möglichkeiten. Die Analyse seht ihr dann übrigens nochmal ausführlich bei CryptoGuru, die habe ich heute gemacht. Also am Freitag, falls das Video morgen erst online kommt, nur damit ihr Bescheid wisst. Zwei potenzielle Lösungen. Also, wir haben einerseits hier auf dem 4-Stunden-Chat weiterhin dieses riesige Rising-Wedge, was sich bildet. Wir haben aber andererseits noch nicht diese Hochs abgegriffen. Und das ist eben dieser entscheidende Punkt, worauf ich momentan ein bisschen abstiele. Und zwar, hier oben seht ihr diese Hochs, mit relativ viel Volumen immer gefischt, aber noch kein höheres Hoch. Und ihr wisst, die Stop-Losses, beziehungsweise Short-Orders liegen über diesen Hochs. Vor allem, was das noch ein bisschen interessanter machte, wir hatten hier diesen größeren Abverkauf, dann wieder den Impuls nach oben, ohne höheres Hoch. Und das ist das, was mich stutzig macht. Warum ich hier noch nicht in Short-Impuls rein bin. Ich hoffe weiterhin, dass wir in diesem Bereich oben, lass mich lügen, 59 US-Dollar fast genau kommen. Hier werde ich dann meine Short-Orders wahrscheinlich platzieren. Mit einem Stop-Loss auf jeden Fall da drüber, weil wir haben hier drüben noch eine 4-Stunden-Supply-Zone. Also, darüber möchte ich auf jeden Fall meinen Stop-Loss legen. Und da auch den Short-Impuls. Und dann müssen wir uns mal schauen, ziehen wir uns das Golden Pocket dazu. Von dieser gesamten Aufwärtsbewegung nach jetzigem Stand würden wir hier bei ungefähr 50 US-Dollar landen. Und das wäre auch dann im Endeffekt das endgültige Ziel dieser Korrektur von dem Rising Wedge. Würde auch ungefähr passen. Normalerweise sagt man Rising Wedge bis runter zum Anfang. Aber ich würde es mal hier ein bisschen bullischer sehen, dass wir dann, sobald wir hier oben waren, die Korrektur hier runter kriegen. Wieder eine Konsolidierung und dann einen potenziellen Long-Einstieg sehen. Gut, das war Elrond. Sehe ich sogar relativ bullisch auch für den gesamten Bullrun. Nächstes, übernächstes Jahr, je nachdem. Ihr wisst, was ich meine. Aber Elrond auf jeden Fall auch Teil meines Portfolios mittlerweile geworden. In dieser im Endeffekt Pump-Phase. Gut, dann Chainlink. Auch so ein Thema, weil immer mehr gesagt wird, okay Konkurrenz zu XRP. Wir befinden uns hier weiterhin in einem Abtrend. Da hat sich wenig geändert zu dem letzten großen Altcoin-Update-Video. Chainlink weiterhin bullisch, meines Erachtens nach. Tut sich wenig, akkumuliere ich auch weiterhin. Trotzdem, wir haben hier noch zwei potenzielle Long-Einstiege. Und das wäre einerseits hier dieser Bereich um die 6, ich sage jetzt mal 6,30. Ein bisschen aufgerundet an diesem Tief aufgrund dieses vielen Volumens. Und dann eben hier unten nochmal bei ungefähr 6 Dollar. Das sind momentan die Entries. Ich versuche momentan sogar hier diese Breakouts, beziehungsweise hier diese Testphasen von diesem Abtrend immer mal wieder zu traden. Das Problem ist momentan, Bitcoin strauchelt ein bisschen. Und da habe ich mir jetzt ehrlich gesagt schwer getan. Ansonsten sollten wir hier wirklich mal einen potenziellen Impuls kriegen. Würde ich hier oben eine Short-Order bei ungefähr 8,50 bis ungefähr 8,67 irgendwo hier oben reinhauen. Einfach hoch wieder hier gebildet mit sehr, sehr viel Volumen. Aber da ist es halt jetzt auch fraglich. Zwei Möglichkeiten. Wir haben momentan bei vielen, habt ihr es schon gesehen, zwei Möglichkeiten. Entweder wir holen uns zuerst die Short-Order oder wir holen uns die Long-Order. Und bei Chainlink glaube ich sogar eher, wir holen uns zuerst die Short-Order. Weil ich Chainlink momentan echt ein bisschen bullischer sehe. Das heißt, dass wir hier hochgehen, die Order bei ungefähr 8,60 Dollar holen. Und dann hier runter nochmal eine Korrektur sehen und dann den Run starten. Aber momentan an sich übergeordnet weiterhin in einer riesigen Range. Da tut sich ehrlich gesagt wenig. Dann Internet-Computer. Habe ich euch ja auch schon gesagt, bin ich mittlerweile investiert. Hat jetzt auch endlich mal dieses schöne Breakout hingelegt. Wir hatten ja hier schon ewig drüber gesprochen. Falling-Vetch. Sehr, sehr lange Konsolidierung mit wenig Volumen, was wir hier gesehen haben. Und jetzt haben wir im Endeffekt unser Breakout gesehen. Richtig schönes Breakout. Einerseits, wir sind hier nochmal in die Tiefs gekommen, die wir hier markiert hatten. Hatten dann diesen Impuls sogar bis 5,36 Dollar. Haben aber die Ineffizienz hier oben noch nicht geholt. Und jetzt, wie gesagt, bei knapp über 5 Dollar. Perfekter Retest gestern. Aber wir sind sogar noch ins Golden Pocket gekommen. Und das Golden Pocket war einfach jetzt nochmal der Impuls, wo ich gesagt habe, okay, ich werde jetzt hier. Die Long-Position läuft schon seit 4,80 Dollar, glaube ich, habe ich sie aufgemacht. 4,80 Dollar habe ich den Long-Trade aufgemacht. Habe jetzt aber nochmal ein bisschen vergrößert hier in diesem Bereich, wo das Golden Pocket eben lag. Und hoffe jetzt zumindest auf den ersten größeren TP bei ungefähr 5 Dollar. Ich mache jetzt mal 46. Immer ein bisschen davor legen, weil man weiß nie, Börsenschwankungen und so. Wir hatten es bei Cardano gerade gesehen. Das sind momentan die Ziele, die ich habe. Also Swing-Trade bei ICP ist jetzt erstmal offen. Und den werde ich auch nach unten weiterhin auffüllen. Zumindest, wenn wir nochmal dieses tiefere Tief hier kriegen bei 4,62. Was ich momentan ehrlich gesagt nicht glaube. Weil wir hier einen schönen Bullish-Divergence hier hatten mit einem tieferen Tief. Höheres Hoch im RSI. Volumen jetzt so langsam zunimmt. Also gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut dieser Retest bei ICP. Und da bin ich erst einmal komplett Bullish gestimmt. Dann, was hatten wir noch? Waren noch irgendwelche Wünsche oder habe ich irgendwas vergessen? Litecoin. Wenig Änderung. Wir befinden uns hier weiterhin in diesem riesigen überdimensionalen Falling-Redge. Auch hier warte ich noch auf ein endgültiges Breakout. Wir haben hier eine massive Seitwärtsphase. Also nochmal hier. Das ist das riesige Falling-Redge, wo wir hier gebildet haben. Wir befinden uns in einer riesigen Seitwärtsphase. Ansonsten weiterhin die Spot-Einstiege bei 40 bis 37 oder 47 bis 44. Das sind die zwei Potenziellen. An sich sehe ich hier aber momentan auch vom Trade-mäßigen sehe ich hier einfach keinen Impulse, wo ich sagen würde, okay, ich gehe jetzt hier in eine Long-Position rein. Seitwärtsphase läuft. Die Seitwärtsphase akkumuliert gut. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Aber ansonsten Trade-mäßig sehe ich momentan nichts. Also es ist reine Spekulation, jetzt hier schon auf dem potenziellen Boden abzuwarten. Aber Spot-mäßig kennt ihr auf jeden Fall weiterhin die Kaufzonen. Die sind weiterhin interessant. Dann Sand. Auch noch interessant. Downtrend momentan. Wir sind in dieser grünen Kaufbox, die wir schon des Öfteren angesprochen haben. Hier diese grünere Kaufbox wurde getroffen. Auch hier Support erstmal gefunden. Volumen nicht wirklich sonderlich gut. Also hier weiterhin die unterste Kaufzone bei 0,36 bis 0,30. Und da müssen wir einfach mal schauen. Ich warte jetzt hier nochmal auch auf einen möglichen Short-Impuls. Das zeige ich euch jetzt mal ganz kurz im Chart. Das ist hier oben bei ungefähr 0,82 bis ungefähr 0,83. Würde dann auch gleichzeitig hier oben diesen Widerstandsbereich wieder bedeuten. Wo wir immer mal wieder so in der Vergangenheit immer unsere Schwierigkeiten hatten. Und hier oben wurde viel Volumen gebildet. Dafür würde ich euch aber raten in den 1-Stunden-Chart zu gehen. Dann sollten wir hier wirklich nochmal hochkommen. Zu gucken ist das Volumen deutlich geringer. Konsolidieren wir hier und dann den Short-Impuls nach unten hin mitnehmen. Heißt vom Fahrplan her, wir gehen hier nochmal hoch in diese Zone. Holen uns nochmal die Liquidität und gehen dann nochmal runter. Und bilden dann möglicherweise hier einen Retest. Auf unserem Downtrend und kriegen dann hier möglicherweise einen Long-Impuls. Gut. Das war es von mir, würde ich sagen. Ansonsten waren glaube ich keine Wünsche mehr da. Und ansonsten, wenn ihr Wünsche habt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Vielleicht mache ich das jetzt alle zwei Wochen. Ist ein bisschen kürzer als dieses Risiko. Ist zwar jetzt auch 20 Minuten, aber gut. Man kann nicht alles haben. Aber gut. Hoff, es hat für euch gepasst. Gerne Feedback unten in den Kommentaren geben. Ob das so mit den Trades auch offensichtlich war. Ich werde, wie gesagt, versuchen das nochmal im Nachgang ein bisschen darzustellen. Und dann die Setups auch in die Telegram-Gruppe zu posten. Ansonsten, lasst dem Video ein Like da. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Altcoin-Update-Video. Beziehungsweise beim nächsten Video. Freue ich mich drauf. Bis dahin. Ciao, ciao. Und stay crypto.